Ja, es ist meine große Freude heute, dass wir unseren Ehrengast hören dürfen mit einem brillanten Vortrag. Herr Professor Marz ist hier und ich möchte gern ein paar Worte zu seinem Leben sagen. Nur ein paar kurze, denn wesentlich ist natürlich das, was er uns zu sagen hat. Hans-Joachim Marz, Professor und Doktor, ganz normal, wie sich das als Mediziner natürlich auch gehört. Jahrgang 43, war seit 1980 bis 2008 Chefarzt der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik im Diakoniewerk in Halle an der Saale, dem wunderschönen Städtchen dort. Langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für analytische Psychotherapie, ich lese das ab, weil er hat ganz viel gemacht, ich habe nur ein paar wenige Dinge herausgesucht, und Tiefenpsychologie, sowie Vorsitzender des Corina Instituts für Tiefenpsychologie und psychosoziale Prävention. Er ist natürlich Autor verschiedener Bücher, gerade im Bereich der Begrifflichkeit der Normopathie, ein Begriff, den er prägte für unsere derzeitigen gesellschaftlichen Phänomene, die wir haben. Im Jahre 2013, das ist ganz wichtig, gründete er die Hans-Joachim-Marz-Stiftung. Und diese Hans-Joachim-Marz-Stiftung, da bitte ich, sich auch mit auseinander zu setzen, ich bin sicher, dass Herr Dr. Marz gleich auch ein paar Worte dazu sagen wird. Diese Stiftung ist völlig gemeinnützig, diese Stiftung ist auch abhängig von Spenden, und diese wertvolle Arbeit, die wir hier gleich auch hören werden, wo wir uns selbst ein Bild machen können, ist so außerordentlich dringend und wichtig, dass eben halt auch wir uns erlauben, im Rahmen des Videos, was wir jetzt davon aufzeichnen, von diesem Vortrag, dass wir auch ein Spendenkonto einblenden werden. Und es wäre schön, wenn der ein oder andere sich animiert fühlt, diese ganz wichtige Arbeit, die unsere Gesellschaft nämlich wirklich wieder in eine Richtung bringen könnte, in der wir uns wünschen, dass sie passiert, tatsächlich für eine lebenswerte Welt genau an bestimmten Ursachen nämlich anzusetzen. Das ist seine Arbeit. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass er heute bei uns ist. Und ich bitte ihn jetzt hier vorne zu uns. Wunderbar, danke schön. Lieber Andreas Popp, herzlichen Dank für die sehr freundliche Einleitung, Einführung. Also, was mich in meinem Beruf als, vor allen Dingen als Psychotherapeut bewegt hat, ist herauszufinden, wie gesellschaftliche, wie soziale Einflüsse Menschen krank machen. Und die Wende von Ost nach West war wie ein großes Labor. Wir hatten schon die Erfahrung gemacht, dass Menschen in der DDR, wenn wir sie in der Therapie ermutigt hatten, individueller, freier, offener, ehrlicher zu werden, fast automatisch politisch gefährdet waren, als politisch subversive Elemente, weil man sollte eben nicht offen und kritisch sein. Und nach der Wende hatten wir plötzlich ein anderes Problem. Wenn wir Menschen halfen, aus ihrer Problematik, aus ihren Störungen, Beschwerden herauszufinden, wurde deutlich, dass sie oft überangestrengt waren, dass sie sich behaupten mussten, durchsetzen mussten, Stärke zeigen mussten und das waren sie nicht wirklich. In der Therapie lernten sie wieder, einfacher zu sein, schwächer zu sein, Ängste zuzugeben, über ihre Schwierigkeiten nachzudenken und zu sprechen. Wenn sie das als Gewinn für ihre Entwicklung nahmen und sich wohler und gesünder fühlten damit, waren sie plötzlich am Markt nichts mehr wert. Sie verloren einen Marktwert, an dem man also beweisen musste, dass man besonders gut drauf ist. Ich erinnere, die sehr peinlichen Veranstaltungen, wie DDR-Bürger lernen mussten, sich neu zu kleiden und zu bewerben. Also Bewerbungen zu machen, um etwas Falsches zu behaupten von sich, um eine Chance zu haben, auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Sie durften auf keinen Fall ehrlich sein, über ihre Probleme oder Schwierigkeiten sprechen, dann hatten sie keine Chance mehr. Also diese Erfahrungen waren so grob zwischen Ost und West eine starke Herausforderung für uns, danach zu forschen, wie wirken solche gesellschaftlichen, politisch geprägten Einflüsse auf den Menschen, wie machen die ihn krank. Und dann kam noch etwas dazu, dass wir nach der Wende eine Häufung bestimmter Krankheitsbilder hatten. Herz-Kreislauf, Bewegungsapparat, Rücken waren plötzlich besonders als psychosomatische Auffälligkeiten. Und in der Analyse wurde uns sehr bald klar, die DDR war ein Land, das den Menschen im Grunde genommen den Auftrag gegeben hat, halt dich still, halt dich zurück, sei vorsichtig, bewege dich ja gar nicht. Krümmel den Rücken, wenn man so will. Jetzt kommt der Westen und fast das Gegenteil war jetzt gefordert. Also setz dich durch, finde deine Wege, tu etwas für dich, also sei aktiv, bewege dich, richte dich auf, sei stark. Und diese unterschiedliche Prägung zwischen Ost und West wurde von vielen Menschen eben psychosomatisch ausgetragen. Also typischerweise dann an den Gelenken zwischen vorwärts und rückwärts geht nicht mehr. Sodass also klar, für uns klar war, diese sozialen Veränderungen sind eben auch wesentliche, haben eine wesentliche Bedeutung für die psychosomatischen Erkrankungen. Dann haben wir uns im Team hingesetzt, angeregt auch durch die 80er, 90er Jahren vorhandene Forschung, vor allen Dingen auch der Säuglingsforschung, der Kleinkindforschung, der Bindungsforschung und der Hirnforschung, die uns Folgendes klar gemacht hat. Jahrhundertelang wurde der Mensch als ein Objekt von Erziehung verstanden und das heißt ja immer autoritär. Also es gibt Erwachsene, es gibt Lehrer, es gibt Experten, die wissen angeblich, was richtig und was falsch ist und das wird den Kindern vermittelt. Und die Bindungs- und Säuglingsforschung hat uns gezeigt, dass das für die Entwicklung des Kindes sehr schädlich ist, weil es geht um Beziehung und nicht um Erziehung. Beziehung heißt, von Anfang an ist das Kind selbst ein Subjekt von Beziehung. Also die Eltern-Kind-Beziehung ist eine Subjekt-Subjekt-Beziehung. Das heißt, das Kind beeinflusst auch die Eltern auf seine Art. Im Grunde genommen macht das Kind ja erst aus der Frau eine Mutter, aus dem Mann einen Vater. Das heißt, das geht vom Kind aus. Also musste im Grunde genommen die Beziehungsqualität untersucht werden, die Kinder in ihrer Frühentwicklung erfahren. Das war ein Hauptgegenstand meiner Arbeit und meines Teams. Nun spezifische Eigenschaften an mütterlicher und väterlicher Beziehungsangeboten zu erkennen, zu erforschen und sie zu benennen, sodass sie allgemein verständlich werden, um den Menschen eine Hilfe zu geben, nachzuschauen, was davon ist bei mir angekommen, was habe ich erlitten, erlebt, im Guten wie im Schlechten. Und nun kommt dazu, dass im Grunde genommen die Gehirnforschung uns gezeigt hat, dass vor allen Dingen in den ersten drei Lebensjahren das, was an Beziehungsqualität das Kind erlebt, zur Ausbildung, zur Prägung des Gehirns beiträgt. Also die Art und Weise, wie die Neuronen sich verschalten, ein Netzwerk bilden, ist abhängig von der Erfahrung an Beziehung. Das heißt, wir bilden frühe Beziehungsrepräsentanzen. Unser Gehirn bildet erlebte Beziehung ab und zwar noch bevor der Mensch denken und sprechen kann. Also am Anfang steht Beziehung noch vor dem Wort im Grunde genommen. Und das ist für die psychotherapeutische Arbeit natürlich für mich eine Herausforderung gewesen. Wie kann man denn diese präverbale Zeit noch vorsprachlich, also bis in den Geburtsvorgang, bis in die Schwangerschaft hinein, die ja eine wesentliche Prägung auch bedeutet, wie kann man die therapeutisch erfassen und bearbeiten. Und von daher bin ich dann auf die Körperpsychotherapie gekommen, weil der Körper erinnert im Grunde genommen die früheste Erfahrung, die eben sprachlich noch gar nicht vorhanden ist. Und das Besondere jetzt, was die Hirnforscher uns gesagt haben, ist, dass diese frühe Beziehungsqualität prägend für die Persönlichkeit, für das ganze Leben ist. Die neuronale Vernetzung am Anfang, die durch Beziehungen geprägt wird, entscheidet darüber, wie der Mensch als Persönlichkeit später ist. Das war für Psychotherapeuten zunächst eine Erschütterung, weil wir dann sagen, na gut, dann können wir eigentlich einpacken. Wenn das so ist, dann geht es eigentlich nur noch darum, die frühen Beziehungsangebote zu optimieren, weil wenn das sowieso prägend ist, was können wir dann noch machen? Sie haben uns beruhigt und gesagt, das Gehirn bleibt plastisch entwicklungsfähig. Man kann auch in späteren Jahren noch neue Erfahrungen, das heißt auch neue neuronale Vernetzungen entwickeln. Aber jetzt gibt es einen entscheidenden Unterschied. Das, was die frühe Prägung ausmacht, gelten wie neuronale Autobahnen. Das heißt, sie sind dominant, auf denen kommt man schnell voran. Und das, was wir Psychotherapeuten später noch tun können, sind neuronale Straßen oder Wege, die dann aber auch ständig befahren werden müssen. Das heißt, die veränderten Beziehungserfahrungen muss man weiter pflegen. Wenn man das nicht tut, dann gehen die Straßen und Wege schnell wieder verloren und die ursprünglichen Autobahnen dominieren. Deshalb ist eine Therapie nichts, was man über ein paar Wochen machen kann und dann ist gut, sondern eigentlich muss man das ein Leben lang machen. Eine Therapie, die jetzt von den Krankenkassen übernommen wird oder durch eine stationäre Therapie, ist natürlich als Einstieg und Auslöser wichtig. Aber was man dort für sich begriffen und gelernt hat, das muss man ein Leben lang weiter pflegen. Sonst schlagen im Grunde genommen die frühen Beziehungserfahrungen wieder zu. So, jetzt haben wir bemüht, diese Beziehungsqualitäten nach mütterlichen und väterlichen als die primären, prägenden Beziehungserfahrungen zu untersuchen. Dabei ist wichtig, zu unterscheiden, dass mütterlich und väterlich nicht unbedingt an das Geschlecht gebunden ist. Es gibt also mütterliche Väter und väterliche Mütter. Aber was nicht reduzierbar ist, was in der modernen Abwehr des Mütterlichen ja eine Rolle spielt, was nicht reduzierbar ist, dass das Kind mütterliche und väterliche Beziehungsangebote braucht. Das ist nicht reduzierbar, egal von wem. Also haben wir uns nach mütterlichen und väterlichen Qualitätsmerkmalen gesucht. Und das Mütterliche ist vor allen Dingen die Fähigkeit, einen Menschen anzunehmen, empathisch sich einzufühlen, zu bestätigen, zu versorgen, Ja zu sagen, zu trösten. Also im Grunde genommen das, was man zusammenfassend als Liebe bezeichnen kann, dass ein Mensch den anderen Menschen um seiner Selbstwillen erkennt und bestätigt, du bist so, wie du bist und du bist okay. Das ist was ganz anderes, eine falsche Liebe wäre, ich kann dich erst gern haben, wenn du so bist, wie ich dich haben möchte. Und das Väterliche wäre die Herausforderung, das Üben, Fördern und Fordern, die Auseinandersetzung sozusagen mit der Lebensrealität, mit Pflicht, mit Aufgaben zu vermitteln. Interessant ist, es gibt eine einfache Untersuchung, wie Väter und Mütter Kleinkinder tragen. Die Mütter tragen das Kleinkind so face to face, schauen Sie sich an, das Kind braucht es ja auch, den Gesichtskontakt und die Väter tragen die Kinder meistens schon so mit dem Gesicht nach außen der Welt zugewandt. Also da wird im Grunde genommen deutlich dieser Unterschied. Und meine Frau ist eine Kollegin, die depressiert ist manchmal, wenn sie durch die Stadt geht und junge Frauen mit ihrem Kinderwagen sehen, wo im Grunde genommen das Kind in die Welt nicht mehr die Mutter sieht und dann geht sie manchmal hin und sagt, warum wollen sie eigentlich ihr Kind nicht sehen? Wissen sie gar nicht, wie wichtig das ist, dass das Kind, das Kleinkind vor allen Dingen, also vor dem dritten Lebensjahr, den ständigen Austausch mit der Mimik, mit den Augen der Mutter braucht. Also auch da wird schon deutlich, wie wenig intuitive Mütterlichkeit da ist, sonst würde das keine Mutter machen. Ja, ein Kind also so behandeln, dass es sich nicht mehr sieht. Nun will ich Ihnen mal die Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörung nennen, die wir im Laufe der Jahre gefunden haben, was dann jetzt in meinem letzten Buch, Das falsche Leben, zusammengefasst worden ist. Das falsche Leben, das wir leben, ist die Folge, das Ergebnis von falschem Selbst, unserem falschen Selbst. Und die Beziehungsstörungen an Mütterlichkeit und Väterlichkeit sind die Verursacher einer Selbststörung, einer Selbstentfremdung. Ich nenne sie mal, die häufigsten Mütterlichkeitsstörungen sind Mutterbedrohung, Mutterbesetzung, Muttermangel und Muttervergiftung. Ich will gleich was dazu sagen. Mutterbedrohung ist die Einstellung einer Mutter zu ihrem Kind, lebe nicht, sei nicht, ich will dich nicht. Eine Mutter, die das Kind nicht wollte, die vielleicht sogar Abtreibungsfantasien, Wünsche oder Versuche hatte. Und man darf nicht denken, dass das beim Kind nicht ankommt. Ja, was die Mutter schon in der Schwangerschaft dem Kind gegenüber hat. Wir haben eine ganz einfache Formel gefunden, wenn man also Menschen helfen will, herauszufinden, eine Ahnung zu bekommen, wie die früheste Beziehungsqualität war, dass wir denjenigen fragen, was stellst du dir vor, was wird der erste Gedanke deiner Mutter gewesen sein, als sie erfuhr, dass sie schwanger ist. Eine Wahnsinnspalette, die sich da auftut, von schön, freue mich bis, oh Gott, wie ist das zu schaffen, das will ich gar nicht und so. Also da beginnt im Grunde genommen schon die Beziehungsqualität mit der ersten Erfahrung, dass ich schwanger bin. Die Mutterbedrohung erzeugt dann das Bedrohte selbst. Menschen, die sich prinzipiell so in ihrer Seele und ihrem psychosozialen Verhalten bedroht fühlen, dass sie im Grunde genommen die ganze Welt, ihr ganzes Leben als Bedrohungserfahrung. Alles, was geschieht, ist für sie immer gefährlich, bedenklich, bedrohlich. In der klinischen Ausformung sind das dann die Persönlichkeitsstörungen, die wir Borderline-Syndrome nennen. Denn das positive Gegenstück zur Mutterbedrohung wäre die Mutterannahme. Das heißt, die prinzipielle Einstellung der Mutter zum Kind, du darfst sein. Ich bin für dich und dein Leben, für deine Existenz vorhanden. Ich bin da. Das heißt, dieser Mensch entwickelt etwas, was wir das Berechtigte selbst nennen. Zweitens, die Mutterbesetzung, auch wird es leichter verständlich von mir gerne als Vampirmutter genannt. Das sind die Mütter, die ihr Kind aussaugen, die ihr Kind die Energie des Kindes brauchen, um sich selbst damit wichtig zu machen und Bedeutung zu haben und die Lebendigkeit des Kindes sozusagen missbrauchen. Die Einstellung der Mutter zum Kind heißt, ich brauche dich für mein Leben, lebe für mich. Deshalb Vampirmutter wird ständig ausgesaugt, dass die Selbststörung, die sich daraus entwickelt, ist das Besetzte. Selbst in der klinischen Ausformung entstehen dadurch schizoide Persönlichkeitsstörungen. Die positive Variante dazu wäre die Mutterförderung, eine Einstellung der Mutter zum Kind. Ich befördere dein Leben. Du bist freigelassen. Du musst nicht für mich leben, sondern du findest dein Leben und da bin ich einverstanden damit. Drittens, Muttermangel. Das ist die Mütterlichkeit mit der Einstellung, ja, mein Kind, okay, ich nehme dich an, aber ich habe leider nicht genug Liebe für dich, ich habe nicht genug Zeit. Ich muss für mich sorgen, ich muss an meine Karriere denken, werde also schnell, groß und pflegeleicht, dass du mir nicht so viele Sorgen machst. Der Muttermangel erzeugt im Grunde das Ungeliebte selbst, die Basis jeder narzisstischen Störung. Das Kind kann nicht begreifen, dass die Mutter aus welchem Grund auch immer nicht so liebesfähig und liebesbereit ist, wie es das Kind braucht. Es wird immer denken, es liegt an mir, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug und wird nun anfangen, alles Mögliche zu tun, um zu beweisen, dass man doch gut ist, dass man doch wichtig und liebenswert ist. Also die narzisstische Störung, die daraus entsteht, in zwei Varianten. Es ist das Größensebst und das Größenklein. Das Größensebst entsteht dann aus dem Stachel, ich fürchte, ich bin nicht gut genug, also muss ich besonders gut sein, muss ich besondere Leistungen bringen. Also das ist sozusagen die Basis für jeden Weltmeister, für jeden Professor, für jeden erfolgreichen Menschen, der im Grunde genommen beweisen muss, dass er doch besser ist, als die Mutter ihn oder sie gesehen hat. Also das narzisstische Selbst ist ein ungeliebtes Selbst. Und im Größenklein ist es auch eine narzisstische Störung, die sich dadurch ausdrückt, dass diese Menschen gelernt haben am Anfang, aha, wenn ich mich nur ordentlich bedürftig zeige, dann nötige ich praktisch indirekt andere, sich um mich zu kümmern. Also wird im Grunde genommen das kultiviert, ich weiß nicht, ich bin nicht, ich schaffe es nicht, und man betont also im Grunde genommen die Schwäche. Auch ist ein narzisstisches Problem, also man setzt im Grunde genommen das Ungeliebte fort. Ich bin nicht gut genug. Und wenn man so will, kann man auch wieder in der deutsch-deutschen Vereinigungsprozess genau das sehen, dass im Westen mehr das Größen selbst, also der Obertan, wenn man so will, und im Osten mehr das Größenklein kultiviert wurde als Untertan. Und deshalb ist im Vereinigungsprozess praktisch das Obertan-Untertan-Syndrom, hat gut zusammengepasst wie Topf und Deckel. Ich habe das deshalb auch als eine Herrschaftsunterwerfungs-Kollusion bezeichnet. Die positive Variante wäre die Mutterliebe. Die selbstverständliche Einstellung der Mutter, mein Kind, ich liebe dich so wie du bist. Du bist mein Kind und ich liebe dich ohne Wenn und Aber. Das wäre die Voraussetzung für eine gesunde narzisstische Bestätigung. Also ich bin okay, ich bin liebenswert. Mal kommen, was will. Irgendwie wird das schon. Diese Basis ist nur durch Mutterliebe zu erreichen. Also sozusagen einen stabilen Selbstwert. Und schließlich Muttervergiftung. Das sind die Mütter, die eine Einstellung zu ihren Kindern entwickeln. Ja, ich kann dich gern haben, aber nur solange du das tust und so bist, wie ich dich brauche. Die Tragik dieser Menschen liegt darin, dass sie von Anfang an nicht ermutigt werden, sich selbst zu erkennen und zu entdecken, sondern werden abhängig gemacht davon, was die Mutter braucht. Also sie werden, wenn man so will, abgerichtet auf Mutters Erwartungen und Wünsche. Und damit wird im Grunde genommen der notwendige Konflikt, den jeder von uns durchgehen muss, zwischen Abhängigkeit und Autonomie. Wo muss ich abhängig sein? Wo muss ich mich auch mitnehmen lassen? Und wo muss ich aber selbstständig sein? Dieser Konflikt wird einseitig zu Ungunsten der Autonomie und zu Gunsten negativ der Abhängigkeit. Menschen werden dann immer ein Leben lang genötigt sein, herauszukriegen, was ist richtig, was ist falsch, weil sie es selbst nicht mehr wissen. Also im Grunde genommen, wenn man so will, ist das die Basis der Marktwirtschaft. Muttervergiftung, also dass den Menschen eingeredet wird, wenn du das und das und das und das hast und kaufst und machst, dann bist du großartig. Weil die innere Erfahrung nicht mehr oder sich überhaupt nicht entwickeln konnte. Die positive Variante wäre die Mutterbestätigung, die Einstellung der Mutter zum Kind, sei und werde, wer du bist und wer du werden kannst. Das freie Selbst, also Freiheit in Verantwortung zu leben. Soviel zu den Mütterlichkeitsstörungen. Jetzt die Väterlichkeitsstörungen. Ich will nochmal dazu sagen, dass die Mütterlichkeitsstörung, überhaupt die Mütterlichkeit für die ersten drei Jahre verantwortlicher ist als der Vater. Und dann wird die Väterlichkeit als Beziehungsangebot immer wichtiger. Deshalb gibt es für uns auch einen großen Unterschied zwischen Kinderkrippen und Kindergärten. Kinderkrippen sind hochproblematisch, Kindergärten aber durchaus sinnvoll notwendig, weil dann das Kind ein Lebensalter hat, wo es diese soziale Auseinandersetzung braucht, die im Wesentlichen auch eben durch den Vater mit unterstützt wird. Vater-Terror wäre eine Einstellung des Vaters, mein Kind, du störst, du bist zu viel. Das sind meistens Väter, die in ihrer Partnerschaft ganz gut zurechtgekommen sind. Aber in dem Moment, wo das Kind gekommen ist, muss natürlich das Kind mehr Mütterlichkeit bekommen von der Partnerin, also von der Mutter. Und der Mann hat meistens gar nicht gewusst und will es auch nicht wahrhaben, dass er eine Partnerin genommen hat, die für ihn noch mütterlich sein soll. Und jetzt wird er eifersüchtig, weil diese Mütterlichkeit dem Kind zufließt. Er ist aber nicht bereit, seine Mutterabhängigkeit zu erkennen und denkt jetzt, das Kind ist schuld. Und terrorisiert deshalb, das Kind lehnt es ab, macht es schlecht, weil er im Grunde genommen eifersüchtig ist. Daraus entsteht der gehemmte Mensch, das gehemmte Selbst, weil eingeschüchtert durch den Vater-Terror. Die positive Variante wäre die Vaterliebe, die Einstellung des Vaters zum Kind. Entfalte dich, habe Kraft und Mut für dein Leben. Ich bin überzeugt, dass du das zur Verfügung hast. Vaterabressung wäre die Väterlichkeit, die das Kind so versteht, tanze du nach meiner Pfeife, sei du so, wie ich dich brauche. Sonst kann ich dich überhaupt gar nicht wertschätzen und gern haben. Das heißt, es entsteht ein genötigtes Selbst. Vaterfreiheit wäre die positive Geschichte dazu. Werde, wer du sein kannst und entwickle dein individuelles Selbst. Finde deine Möglichkeiten. Schließlich Vaterflucht, das sind die Väter, die kein Interesse, kein großes Interesse an Familie und Kindern haben, die die Welt verändern, Bücher schreiben. Und Vorträge machen und so weiter. Also wenig zu Hause sind, weil sie größeres Vorhaben. Das heißt aber, das Kind bleibt väterlich ungefördert. Das Ungeförderte selbst. Die positive Variante wäre Vaterförderung. Ich unterstütze dich in all dem, wie du sein kannst, was du brauchst. Lebe deine Möglichkeiten. Und schließlich Vatermissbrauch. Das sind die Väter, die im Westen häufig sind, die die Einstellung haben, mach mich stolz. Also letztlich sind das die Trainer, die Antreiber ihrer Kinder, die besondere Leistungen bringen müssen, damit sie sagen können, ich habe ein tolles Kind, das ist erfolgreich. Eine Einstellung, die natürlich für die Gesellschaftssituation auch eben das Unbegrenzte befördert. Also es ist nie genug, du kannst noch besser werden. Es wird keine Begrenzung akzeptiert. Und die positive Variante wäre das Vaterverständnis. Das heißt, jedes Leben ist auch in seinen individuellen Möglichkeiten begrenzt. Und damit würde das Kind eine wesentliche Entlastung erleben. Ich habe das jetzt mal so zusammengetragen. Das sind die wesentlichsten Väterlichkeits- und Mütterlichkeitsstörungen, die wir finden. Damit sie sich mal halbwegs mit einordnen können, denn wir tragen alle diese Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen in uns, habe ich einfach mal ein paar Eigenschaften aufgezählt, woran sie erkennen können, wo in ihnen falsche Selbst, Selbstentfremdung wirkt. Also, wer sich häufig bedroht fühlt, wer schnell gekränkt ist, wer schwer alleine sein kann, wer nicht selbstständig sein kann, sondern immer Anregung und Beratung braucht, wer zu gehemmt ist, wer keine Verantwortung übernehmen will, wer schnell verzagt ist, wer nie zufrieden ist, wer nur versorgt sein möchte und wer lebt in der Partnerschaft, in der Familie, in Freundschaften und in der Gesellschaft mit der Einstellung, du bist schuld. Nicht ich, du bist schuld. Wer nur perfekt und erfolgreich sein möchte, wer keine Fehler und Schwächen zugeben kann, das ist die Voraussetzung, um Politiker zu werden. Wer das Äußere über das Innere stellt, also was man außen erlebt oder sieht oder hat, haben statt sein, statt also das Innere anzunehmen und wertzuschätzen. Wer also nicht fühlen kann, wer sich nicht wahrnehmen kann, wer am Partner leidet ständig, Ich kenne viele Paare, die in die Beratung kommen und sich die Hölle heiß machen, jahrelang aneinander leiden. Wie kann das sein? Warum trennt ihr euch nicht? Bis ich kapiert habe, nein, man braucht den Partner, an dem man leiden kann. Denn jetzt hat man einen Grund, kann den beschimpfen, kann den bekämpfen, kann erwarten, du musst dich verändern und ist weit davon entfernt, die eigenen Probleme, die eigene Herausforderung zur bitteren Erkenntnis und Veränderung anzunehmen. Dafür braucht man den Partner, ich habe das mal so genannt, jeder hält sich sein Schwein. Wer nur über die Verhältnisse klagt, statt aktiv zu werden, wer zu schnell resigniert oder auch wer zu verbissen kämpft, ständig, also immer in der Überbetonung. Nun, wenn Sie jetzt die Folgen dieser Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörung bedenken, die jeweils ein falsches Selbst bedingt, das Bedrohte, das Besetzte, das Ungeliebte, das Abhängige Selbst, das Gehemmte Selbst und so weiter. Mit dieser Selbstentfremdung kann im Grunde genommen kein Mensch gut leben. Das ist eine ständige innere Stresssituation. Wenn man das ganz allgemein bezeichnen will, ist es der Stress zwischen dem, wie ich eigentlich sein möchte und sein könnte und dem, wie ich aber sein muss. Wenn man das wieder ganz allgemein sagt, ist das im Grunde genommen die wesentliche Quelle, aus der Menschen krank werden, Beschwerden, Symptome entwickeln, weil sie im permanenten Stress zwischen diesem inneren Konflikt versuchen, eine Lösung zu finden. Und wenn man so will, sage ich, endlich ist dieser Mensch krank geworden, weil er mit der Erkrankung eine Chance bekommt, über sich und sein Leben nachzudenken, über die Entfremdung, über diesen inneren Konflikt nachzudenken. Er darf nicht nur bloß zum Arzt gehen. Die meisten Ärzte sind so schnell, Symptome wegmachen, beruhigen, trösten und nicht forschen. Also wenn man zum Beispiel einen Herzinfarkt hat, wäre eine ordentliche medizinische Diagnose, hier liegt eine Koronardurchblutung vor in Folge von atherosklotischen Veränderungen, als Folge eines falschen Lebens durch Rauchen, Falschernährung, wenig Bewegung. Und jetzt müsste aber da weiter, diese Risikofaktoren, wieso raucht der Mensch oder ernährt sich falsch oder bewegt sich nicht, weshalb ist er im Stress? Jetzt wären wir beim sozialen Diagnose, nämlich in der Regel wäre es eine narzisstische. Und dann lernen wir bei der Gesellschaftsdiagnose, was macht die Gesellschaft, dass dieser Mensch sich so verhalten muss, damit er erfolgreich im Beruf ist. Also wir hätten mit so einer Diagnose ein ganzheitliches Verständnis, was aber leider kaum eine Rolle spielt oder kaum vorkommt. Also man kann mit diesem Stresszustand nicht wirklich gut leben. Also haben wir Mechanismen, die uns zur Verfügung stehen, die wir einsetzen. Und im Wesentlichen sind es drei Mechanismen. Ich kann den innerseelischen Mangelzustand oder den Mangelzustand, dass ich also nicht mich so bestätigt und geliebt weiß, erfahren habe, wie ich es brauchte, kompensieren. Also das wäre der narzisstische Weg. Man versucht jetzt durch besondere Leistungen, besondere Anstrengungen zu beweisen, dass man doch eigentlich in Ordnung ist, dass man liebenswert ist. Und die Tragik besteht darin, man kann sich Liebe nicht verdienen, durch nichts. Also Liebe bekommt man oder nicht. Was man sich verdienen kann, ist Geld, ist Ruhm, ist Anerkennung, ist Bedeutung. Aber das sind alles in meiner Sprache Ersatzbedürfnisse. Ein Ersatzbedürfnis ist im Gegensatz zu einem natürlichen Bedürfnis, ein natürliches Bedürfnis ist wie eine Sinuskurve. Man hat ein Bedürfnis, wenn ich habe Hunger, dann esse ich und dann bin ich satt und bin wieder zufrieden. Wenn ich aber zum Beispiel Essen zum Ersatzbedürfnis mache, dann habe ich Hunger, esse, aber da ich eigentlich Liebe haben möchte oder Anerkennung, kommt es nicht zu einer Befriedigung, sondern ich muss schon wieder das Nächste essen, das ist noch nicht genug. Und so wird das Ersatzbedürfnis immer zu einer Sucht, weil es keine natürliche Befriedigung mehr gibt. Und so kann alles zur Sucht werden. Also Essen und Trinken und Arbeiten und Sexualität und Geltung und sich wichtig machen und so weiter, weil es eben keine wirkliche innerseelische Befriedigung mehr ermöglicht. Also die Kompensation, der Ersatz für den vorhandenen Mangel. Das Zweite ist die Ablenkung. Manchmal denke ich, wir haben mit den modernen Medien, also mit Computer, mit Handy, Dinge entwickelt, die wir nahezu aus seelischer Not entwickeln mussten, um uns ständig ablenken zu können. Also Fernsehen, man kann doch 24 Stunden am Tag sich mit sonstigen Nichtigkeiten beschäftigen, um sicher zu sein, dass man ja keine Pause hat, wo man nach innen gucken müsste oder wo von innen etwas aufsteigen könnte. Also wird wieder der Fernseher angemacht, das Handy benutzt und so weiter. Also die Ablenkung von dem inneren Zustand auf äußere Dinge. Deshalb ist es uns so wichtig, auch wenn wir in der Stiftung Beziehungskultur, dass wir Menschen wieder ermutigen, nicht über etwas zu sprechen, also übers Wetter, über Fußball, über die Autos, über die Politik, sondern von sich zu sprechen. Wie geht es mir und wie stelle ich mich auch natürlich zu den sozialen Dingen. Also die Ablenkung und am Ende die Betäubung. Wir betäuben uns, ja, natürlich in erster Linie mit Alkohol, aber auch mit Medikamenten, mit Drogen, aber wir betäuben uns eben auch mit Arbeit zum Beispiel. Dass viele Menschen, die darunter leiden, dass sie nicht zur Ruhe kommen, da steht ihr Engagement, ihre Arbeit, auch im Dienste der Betäubung, damit sie nicht zur Ruhe kommen, um innere Bedenken und Zweifel aufkommen zu lassen und sich aber eben durch Arbeit, also Bedeutung und sich betäuben. Mir fällt das jetzt gerade ein, ich komme jetzt praktisch auf die gesellschaftlichen Auswirkungen. Im Moment habe ich so einen Gedanken entwickelt, dass Frau Merkel, die ja sicher morgen wieder gewählt wird, halte ich für Opium, für das Volk. Also sie betäubt auf ihre Art die Zweifel, die Kritik, die Bedenken der Menschen, unserer Gesellschaft, dass wir in einer problematischen Entwicklung sind, die wir eigentlich wahrnehmen müssten und da sie aber so auftritt, wie sie auftritt, so, das ist kein Problem, alternativlos schaffen wir und so, ist sie wie eine Droge. Eine Droge für die Menschen, die die Wahrheit nicht sehen wollen, die sich nicht beunruhigen lassen wollen, die denken, es geht alles so weiter und für mich ist das insofern bedrohlich, beängstigend, weil ich muss denken, wir bewegen uns gerade in einer neuen, großen Kollektivschuld, dass wir eine Lebensweise mitmachen, eine Politik unterstützen, jedenfalls die Mehrheit, oder eine große Zahl, Mehrheit wird sie auch nicht sein, die den Eindruck hinterlässt, ja, wir hätten, wir könnten so weiterleben, wir seien nicht im falschen Leben, wir seien nicht schuldig an diesem Leben. Ich komme zu eben jetzt den gesellschaftlichen Folgen. Ich habe, wie gesagt, den Begriff der Normopathie gefunden. Ist für mich insofern ein treffender Begriff, weil Normopathie, das Pathische, also das Gestörte, das Kranke, wird nicht mehr als Störung erlebt, sondern für normal gehalten, weil es die Mehrheit so sieht, so will, so vertritt. Und was die Mehrheit macht oder denkt, kann ja nicht falsch sein, ist ja die Mehrheit. Also es ist ein sehr primitiver Abwehrmechanismus, wenn man so will, aber er wird verständlich, wenn Sie die Selbststörungen bedenken, die weit verbreitet sind, dass Menschen solche Abwehrprozesse brauchen, etwas für normal gehalten wird, damit sie ja nicht ihre eigene Beschädigung, ihre eigene Selbstentfremdung wahrnehmen müssen. Deshalb ist die Normopathie eine echte Gefahr, wenn man so will, dass es eine kollektive, eine gesellschaftliche Fehlentwicklung gibt, bis hin zu einer möglichen Katastrophe, die aber eben gar nicht mehr kritisch gesehen wird. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie kommt es denn zu einer Normopathie massenpsychologisch, da müssen wir den Mitläufermechanismus in Rechnung stellen. Die meisten Menschen, und je größer ihre Selbstentfremdung ist, sind angewiesen darauf, zu einer Gruppe zu gehören, in einer Gruppe angenommen zu werden, bestätigt zu werden, dazugehören zu wollen, ist ein wesentliches Grundbedürfnis. Und keiner möchte gerne alleine bleiben, beschimpft werden, ausgegrenzt werden, diffamiert werden. Und zwar, je größer die Selbstentfremdung ist, desto größer ist der Bedarf, Mitläufer zu sein, unterzugehen, damit man ja nicht erinnert wird an die eigenen Fehler und Schwächen, und desto weniger ist der Mut vorhanden, mal eine eigene Position zu vertreten. Und weil die Selbstwertproblematik ist ja dominierend, und deshalb möchte man eintauchen in die Gemeinschaft. Wenn also solche Begriffe und Werte wie Heimat, wie Region, wie Nation in Misskredit kommen, ahnt praktisch der Mainstream, wer das auch ist, nicht, welches Risiko damit erzeugt wird. Wir Menschen brauchen Heimat, wir brauchen Orientierung, wir brauchen eine Gruppe, zu der wir gehören, immer mit dem Risiko, es könnte eben auch eine falsche Orientierung und Gruppe sein, aber darauf zu verzichten, dass wir Orientierung und Halt brauchen, ist nicht möglich, also werden wir unsicher und krank, aber es kann natürlich auch jetzt übermäßig betont werden, im Mainstream, ich muss unbedingt dazugehören, damit ich überhaupt existieren kann, weil ich alleine das für mich nicht hinkriege. Ich habe die Normopathien, die ich überschaue, also Nationalsozialismus, DDR-Sozialismus und heute die narzisstische Gesellschaft auch mal in diesem Zusammenhang nach den Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen untersucht oder eine Analyse gemacht. Beim Nationalsozialismus muss Mutterbedrohung und Vaterterror eine große Rolle gespielt haben. Im DDR-Sozialismus muss Muttermangel und Vaterterror, Terror, also Muttermangel und auch Muttervergiftung, die Partei, die gesagt hat, du bist ein geliebter Mensch, wenn du so bist, wie wir dich sehen wollen, also wenn du unserer Ideologie folgst und die Vaterterror im Staat, also sei angepasst, sei tüchtig, sei, werde ja nicht frech, wenn man so will, entwickle keine eigene kritische Meinung. Und die heutige narzisstische Gesellschaft ist vor allen Dingen eine durch Muttermangel ungenügende Liebe, heißt ungenügende Bestätigung und damit muss man im Grunde genommen beweisen, dass man großartig sein kann. Das ist eine Quelle des ewigen Wachstumswahns, weil es materiell ist es nie genug, weil es ja eigentlich um eine innerseelische Befriedigung geht und die ist externalisiert worden, deshalb besteht ein materieller Wachstumswahn, der muss süchtig werden, muss süchtig sein, weil er nie zu einer innerseelischen Befriedigung kommt. Also ich will mit diesen Beispielen aufmerksam machen, wie die innerseelische Problematik von Menschen, die, wenn sie gehäuft auftreten, in einer Normopathie die gesellschaftliche Fehlentwicklung erklärt, aufgrund der, wenn man so will, Abwehrmechanismen, um ja nicht die eigenen Probleme zu sehen. In einer kritischen Situation, also dort, wo die Gesellschaft wie die unsere Dinge, wo es so nicht weitergehen kann, brechen im Grunde genommen die Abgewährten, die Geleugneten, die kompensierten Abwehrmechanismen zusammen und die Menschen stehen wieder vor ihrem Bedrohten Selbst, vor ihrem Ungeliebten Selbst, vor ihrem Gehemmten Selbst. Und das hat keine, hat keine, findet keine Beruhigung mehr in der äußeren Situation. Deshalb entsteht eine enorme Beunruhigung in der Gesellschaft und was am meisten auffällt ist, dass neue Schuldige gesucht werden. Also man muss projizieren, was man bei sich nicht wahrnehmen will, muss man projizieren, man braucht Schuldige und da ist im Grunde genommen die Orientierung auf rechts und rechtspopulistisch ist besonders geeignet, weil wer möchte schon aufgrund unserer Geschichte nach rechts orientiert sein und dort diffamiert werden, sodass im Grunde genommen die Spaltung, die neue Abwehr vor der Erkenntnis unserer kritischen Situation, vor allen Dingen mit einer Diskriminierung durch Rechtsextremismus, durch Rechtspopulismus, da erschrecken alle und das will ich auf keinen Fall sein und auf diese Weise wird die Spaltung in der Gesellschaft vorangetrieben und die eigentliche Aufgabe, die wir hätten, uns zu fragen, wie geht es denn weiter, wie können wir denn weiterleben, wird damit neutralisiert, wird weggewischt, weil wir jetzt ja neue Schuldige haben. Ich habe jetzt mal um zu einer veränderten Lebensform zu finden, das, was wir eigentlich leisten müssten, das nochmal auf diese Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen bezogen. Wir müssten also, um nicht mehr zu projizieren und andere zu beschuldigen und zu beschimpfen, müssten wir Antworten finden, auf die Frage, wo und wen bedrohe ich, wie und wen besetze ich, in welcher Weise bin ich bedürftig, wie mache ich mich abhängig, wie schüchtere ich ein, wie nötige ich andere, was vernachlässige ich an mir und in den Beziehungen, wie überfordere ich. Aus diesen Eigenschaften, das sind ja die Folgen die Folgen der Selbststörung, in denen wir Opfer sind, wenn wir sie aber nicht zu uns nehmen, also in dem Sinne nötigen und benutzen und vernachlässigen, werden wir zum Täter. Und ich denke, wir sind längst auch als Mitläufer dieser Gesellschaft zu Täter geworden. Ich kann die wesentlichen Folgen an den Werten, die in unserer Gesellschaft natürlich zu Recht einen hohen Kurs haben, also das, was wir Demokratie nennen, was wir Freiheit nennen, was wir Liberalität nennen, im Zusammenhang mit den Selbstentfremdungen in Frage stellen. In meiner Meinung nach ist uns Deutschen zweimal Demokratie verordnet worden, nach 1945 von den Siegermächten und 1989 vom Westen nach dem Osten. Eine Verordnung äußerer Demokratie hat offensichtlich funktioniert, also aus den Nazis sind äußere Demokraten geworden, aus den ehemaligen Bonzen sind Manager geworden und so weiter. Wenn wir ein bisschen von Verschwörungstheorien sprechen, dann habe ich auch eine. Ich bin ja überzeugt, dass die Wende von der Stasi gemacht wurde. Also die Stasi wusste Bescheid und die hat im Grunde genommen den Prozess angeführt, denn alle wesentlich Positionen, die sich damals politisch engagiert haben, waren ehemalige Stasi oder zumindest mit Mitarbeitern der Stasi. Also das heißt, es gibt eine äußere Veränderung ohne innerseelischen Prozess. Deshalb ist eine Demokratie so lange fragwürdig, so lange auch nicht eine innerseelische Demokratisierung passiert. Eine innerseelische Demokratisierung wäre in dem Kontext, dass Menschen all die verpönten, unterdrückten, unentwickelten, verbotenen seelischen Anteile an sich nehmen. Also dieses ich bin begrenzt, ich bin bedürftig, ich bedrohe und so weiter. All das, was sie bei sich nicht wahrnehmen wollen, müssten sie zu sich nehmen, bei sich erkennen und dort auch verantworten. Damit wären sie überhaupt erst Demokraten in dem Sinne, dass sie jetzt nicht mehr einen Außenfeind brauchen, auf den das, was sie bei sich nicht wahrhaben wollen, projiziert wird. Solange das also nicht gelingt, haben wir in dem Sinne keine wirkliche Demokratie, sondern dann bleibt die Demokratie eine Diktatur der Mehrheit über die Minderheit und wie wir wissen, meiner Arbeit selbstverständlich, dass die Minderheiten eigentlich immer diejenigen sind, die am wertvollsten sind, am wichtigsten sind, weil die etwas vertreten, was die Mehrheit die Normopathen nicht wahrhaben wollen. Also müssten alle Minderheiten, alle Protester, alle Kritiker verehrt werden, die müssten auf Händen und Füßen betragen werden, weil sie einer Wahrheit näher sind, die die Mehrheit nicht sehen will. Ähnlich ist es mit der Freiheit. Wir genießen die äußere Freiheit, die Freiheit eines demokratischen Systems und Sie erinnern sich ja vielleicht noch, wie unser ehemaliger Präsident Gauck, der die Freiheit auf die Fahne geschrieben hatte, bis ich mich dann mal gefragt habe, meine Güte, der Mensch, der so nach Freiheit giert, lässt sich einem Bundespräsidenten machen, also zu einem Job, wo man die allergeringste Freiheit hat, man überhaupt keine Freiheit mehr, kann man keinen Schritt, kein Wort mehr frei sagen, also dann wurde auch mal deutlich, hier wird auch wieder äußere Freiheit ideologisiert, weil eine innere Freiheit nicht gegeben ist, eine innere Freiheit ist gebunden daran, dass Menschen wissen, wer bin ich, was will ich und wer bin ich nicht und was will ich nicht, im Unterschied zu dem, was soll ich, ich kann nur frei sein, um nicht süchtig zu werden, wenn ich genau weiß, wer ich bin und was ich will, wenn ich das nicht weiß, werde ich eben süchtig auf der Suche nach dem längst verlorenen Glück bleiben, das längst verlorene Glück, das ich nicht bekommen habe und nie mehr finden werde, nur dann, wenn ich praktisch mich in dem Sinne erfahre, kann ich sagen, das ist meine Freiheit, das bin ich, das bin ich wirklich und nicht, das muss ich noch finden, das muss ich noch tun, eben aus der süchtigen Suche heraus. Und mit der Liberalität ist es genauso, eine äußere Liberalität wird schnell zur Beliebigkeit, wenn die Toleranz, die man zur Liberalität braucht, nicht als innerer Wert vorhanden ist, keine Empathie vorhanden ist. Empathie heißt ja, ich bin in der Lage und bereit, mich in den anderen, in den Andersdenkenden, in den Andersseinden hinein zu versetzen und verstehen zu können, das ist meine Empathie. Das ist notwendig, um liberal zu sein, weil es dann auch eine Auseinandersetzung gibt, dann wird es auch bewertet, dann wird auch Verantwortung mit wahrgenommen, im Gegensatz eben zu einer beliebigen alles ist erlaubt, laissez-faire und damit kommt es zu entsprechenden Fehlentwicklungen in der Gesellschaft. Ich habe vor diesem Hintergrund jetzt einfach mal ein paar Fragen zusammengestellt, um die es im Moment geht. Warum gibt es eine zunehmende Spaltung und Feindseligkeit und Gewalt in der Gesellschaft? Die Abwehr, das wäre die Antwort, die Abwehr der Einsicht in unsere gesellschaftliche Fehlentwicklung, in die Normopathie. Wir müssten unsere Normopathie erkennen und stattdessen spalten wir uns, bekämpfen uns, links, rechts, oben, unten, wird Feindseligkeit und Gewalt ausagiert. Warum gibt es einen besonderen Protest und eine Kritik gegenüber AfD und Pegida? Weil das sind für mich die Außenseiter, die Minderheiten, die Omegas einer Gesellschaft, die Wahrheiten verkörpern und zum Ausdruck bringen, die die Mehrheit nicht wahrhaben will. Deshalb werden die Inhalte gar nicht mehr diskutiert, sondern sie werden einfach in die Ecke gestellt, diffamiert, weil man diese Wahrheit nicht hören will. Und der Mechanismus ist immer derselbe. Man benutzt dann irgendwelche wirklich auffälligen Menschen oder Worte oder Sätze, um die Diffamierung zu unterstützen, um sich dann nicht wirklich inhaltlich damit auseinander zu setzen. Warum glauben viele, wir hätten vor allen Dingen ein Rechtsproblem? Weil das, wenn ich denke, das sind die Rechten, die sind schuld, dass meine Überlegenheit, meine angebliche moralische Überlegenheit sichert, ich bin also kein Rechter, ich bin ein Guter. Und damit müssen also Menschen entsprechend diffamiert werden, damit man selbst in dem Gefühl bleibt, aber ich bin der bessere Mensch. Dieser Mechanismus ist einer der typischen Abwehrvorgänge, der Falschen Selbst. Wieso verlieren Politiker die Kontenanz und verlassen demokratisches Basisverhalten, also zum Beispiel die Pack, Pack und Mischpurke und Rechtsextremisten und die Bundeskanzlerin hat gesagt, geht da nicht hin zu Begida, das sind Menschen, die haben Kälte und Hass im Herzen. Das ist ja eine Hetze, wenn man so will. Warum? Weil ich denke, in diesen Kritiken die Politiker sich selbst fragen müssten, was haben wir denn falsch gemacht, was ist unsere Schuld daran. Also statt zu sagen, geht da nicht hin, das sind Menschen, die haben Kälte und Hass im Herzen, wäre sie verpflichtet zu sagen, okay, ich habe wahrgenommen oder zur Kenntnis bekommen, das sind Menschen, die haben Kälte und Hass im Herzen, also das macht mir Sorgen, da müssen wir uns darum kümmern, wie kann das sein, was sind die Ursachen, das muss ja was mit unserer Politik zu tun haben, das wäre die angemessene Antwort und das höchste, was noch denkbar ist, wir müssen mit denen reden, meint aber, wir müssen mit denen reden, damit die vernünftig werden. Er sagt, wir müssen mit den reden, ist nie gemeint, ich will auch verstehen, weshalb die so denken und handeln und muss mich prüfen, ob da nicht eine Wahrheit dran ist, die ich akzeptieren, die ich auch annehmen muss. Wieso wird die Bundeskanzlerin trotz erkennbarer schwerer politischer Fehlentscheidungen, also all dem, wir schaffen das, alternativlos, humanitäre Notwendigkeit, weshalb wird sie geschont? Da denke ich, bin ich wieder bei einem Übertragungsphänomen. Ich habe mich damit beschäftigt, wofür Frau Merkel übertragungsdynamisch geeignet ist. Also es sind drei Faktoren, Mutti, mächtigste Frau der Welt und Volksverräterin. Das ist das, was ihr projektiv entgegensteigt. Und alles dreis ist sie in einer gewissen Weise nicht, oder jedenfalls nicht so, sie ist es projektiv. Bei Mutti wird es noch am deutlichsten. Ich habe mir gedacht, Eva Herrmann, Sie sind das Gegenstück von Angela Merkel. Angela Merkel wird zur Mutti projektiv aufgebaut, weil sie keine Mutti ist. Sie hat keine weiblich-erotische Ausstrahlung und vor allen Dingen keine mütterliche. Hat sie gar nicht. Das heißt, wenn sie das hätte, wäre sie niemals Bundeskanzlerin geworden. Im Gegenteil. Sie sind gerade wegen dieser Eigenschaften, sie haben das Mütterliche ja zum ersten Mal so in die Öffentlichkeit gebracht, sind sie verfemt, diffamiert worden und Frau Merkel wäre niemals Bundeskanzlerin, wenn sie wirklich mütterliche Eigenschaften hat. Wie ist das zu erklären? Da die meisten Menschen Mütterlichkeitsdefizite haben, ist Frau Merkel keine Gefahr, erinnert zu werden an die eigenen Mütterlichkeitsdefizite, weil sie sich so verhält wie die eigenen schlechten Mütter. Verstehen Sie diese Paradoxie? Deshalb wird sie Mutti genannt, deshalb trauen sich die Männer nicht ran, deshalb wenn man das Gespräch mit dem Schulz sieht, es ist nahezu peinlich, wie wenig er mal wirklich Kritik übt, das ist ein Muttiabhängiger, der ist mit seiner Mutti-Problematik so beschäftigt, dass er es nicht wagt, sie anzugreifen. Mutter ist heilig, er würde also seine eigene Mutter-Problematik müsste er erkennen und bearbeiten, damit er im Grunde genommen dann wirkliche, echte, substanzielle Kritik üben kann. Gut, ich habe noch mal ein paar Worte zur Lügenpresse, weil ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, inwieweit gelogen wird, wirklich gelogen wird, aber es wird einfach in der Weise manipuliert, dass tatsächlich nur Einseitigkeiten oder Halbwahrheiten, ich habe mal die Dinge herausgestellt, die in unserer Presse so gut wie nicht mehr vorkommen, zum Beispiel die große Bedeutung der Frühbetreuung, also das, was ich eben jetzt erzählt habe, mütterliche und väterliche Angebote, die Wichtigkeit von Mutter und Vater, kein Thema mehr, Probleme, realen Probleme der Krippenbetreuung dürfen nicht erwähnt werden, dass Beruf und Familie nicht gut zu vereinen sind, ist kein Thema, dass man Gender Mainstreaming kritisch sieht, um Gottes willen, darf nicht sein, dass man den Islam kritisiert, dass man die Gefahr der Islamisierung herauf beschwört, dass Ausländer und Migranten auch die Kriminalität vermehren, dass es zunehmende Probleme mit Parallelgesellschaften gibt, oder andersrum, haben sie mal was Positives über die AfD oder Pegida gehört, haben sie Fehler, Phrasen, den Populismus der Kanzlerin als Kritik in den Medien gehört, dass unsere Außengrenzen nicht zu schützen wären, oder jetzt wird es eigentlich noch schlimmer, dass ganze Nationen wie Ungarn oder Polen plötzlich wie Feinde dastehen, ganze Nationen, also welche moralische Überheblichkeit die Deutschen schon wieder, also die Regierungsdeutschen aufbringen, nur weil die andere Dinge tun und Wahrheiten sagen, werden sie als ganze Nation verfemt, muss man sich mal vorstellen, oder haben sie mal was Positives über Trump lesen können, gut, der macht es sicher schwer als besonders auffällige Persönlichkeit, aber immerhin ist er von der Mehrheit der Amerikaner gewählt worden, das muss ja einen Grund haben, das wäre doch ein wichtiges Thema für unsere Medien, zu erklären, was in Amerika los ist, damit sie diesen Menschen eine Spitze setzen, das wäre ein Thema, oder dass Brexit auch was Positives sein könnte, also ich will nur damit die Einseitigkeit nochmal deutlich machen, die denke ich in dem Begriff der Lügen Presse mit eine Rolle spielt. Gut, was ist zu tun? Ja, das was wir jetzt tun, also ist für mich wichtig, dass man darüber sprechen kann, dass man darüber seine Meinung äußert, dass man etwas schreibt, dass man sich nicht einschüchtern lässt, das halte ich schon erstmal für ganz wichtig. Dann natürlich aus meiner Perspektive, dass ich nicht aufhöre über die Optimierung der Frühbetreuung dafür zu kämpfen und das zu begründen, weshalb das wichtig ist. Es gehört auch noch an meinen Fachbereich, dass ich Gefühlskunde, Gefühlsschule für ganz wesentlich halte. Es könnte auch in den Schulen ein wichtiger Faktor werden, wissend, dass das, was ich vorhin gesagt habe, der Stress, den wir erleben durch die Selbstentfremdung, dieser Stress kann nur abgebaut werden durch Gefühlsausdruck. Also der berechtigte Zorn, die Wut, der Hass, der seelische Schmerz, die Trauer über Selbstentfremdungen, der muss raus, sonst macht er uns krank. Also die Folge eines unbewältigten Stresses durch Selbstentfremdung ist auf der einen Seite Krankheit, auf der anderen Seite eben soziales Ausagieren, das heißt Gewalt, Spaltung, Feindbilddenken, Sündenbockjagd und so weiter. Und wenn man von vornherein Menschen lehren könnte, dass Gefühle ganz wichtig sind und wie man Gefühle zum Ausdruck bringt, aber natürlich auch beherrschen lernen, wenn ich im Auto sitze, kann ich meinen Gefühlen nicht freien Lauf lassen, aber ich kann es am Abend dann machen, ich kann eben noch Gefühle wiederbeleben, die 20, 30, 40 Jahre zurückliegen, das ist wirklich möglich, das kann ich Ihnen belegen. Und dann wäre natürlich das, was kommunikativ, was beziehungsmäßig uns heute möglich ist, also das ist ja der Grund für die Gründung dieser Stiftung, Hans-Johann-Maths Stiftung Beziehungskultur, was meinen wir mit Beziehungskultur, wir meinen damit, dass wir lernen können, auch wenn wir die Welt nicht verändern, wir können miteinander anders umgehen, also in erster Linie, ich spreche von mir, das ist das, was Michael Lukas Möller auch in den Zwiegesprächen mal entwickelt hat, man kann sich austauschen, indem man nicht mehr über etwas spricht und streitet, sondern man nimmt sich eine Stunde Zeit und jeder spricht dialogisch von sich. Ich will, mir ist, ich habe die und die Vorstellung und das hat den großen Vorteil, dass ich mich erstens mal mitteilen kann, die Mitteilungsmöglichkeit ist schon ein wesentlicher Heilfaktor, dass ich mich nicht verschließen muss, dass ich wirklich mal so mich zeigen kann, wie ich bin, ohne Maske, weil ich sicher sein kann, das ist die Vereinbarung, ich werde nicht belehrt, nicht kritisiert, nicht beschimpft, sondern es wird, der Gesprächspartner ist bereit, das entgegenzunehmen. Das heißt, ich habe eine Empfangsschüssel, ich weiß um die Bedeutung, wenn ich mich mitteilen kann, da ist einfach nur jemand, der das hört und sagt, okay, so ist das für dich, muss nichts dazu sagen, das hat einen wesentlichen Gesundungsfaktor, ist ein wesentlicher Gesundungsfaktor und dann im Dialog höre ich, wie der andere denkt, was er empfindet und wenn das eine Partnerschaft ist, eine Freundschaft ist oder wenn man miteinander auch gut zusammenarbeitet, ist das ja ganz wichtig, dass man sich austauschen kann, wie denkt der andere, wie tickt der andere, wie kommen wir auf diese Weise zusammen. Also diese Form der Kommunikation kann uns immer helfen, auch aus den Gefühlen, die wir alle haben. Also ich habe, ich fühle mich bedroht, ich fühle mich ohnmächtig, hilflos, wenn ich daran denke, praktisch die großen Zusammenhänge wirklich beeinflussen zu können, aber ich kann auf dieser kleinen Ebene mich freimachen, mich bestätigen lassen, von anderen Anregung bekommen, das halte ich für eine ganz wesentliche Chance auch, um nicht nur zu resignieren oder nur unter Verzweiflung zu bleiben. Und bei der, das ist ein gutes Zeichen, dass ich jetzt genug geredet habe, also dass man auch aufhört, den anderen immer zum Täter zu machen, sondern im Grunde ich bin das Problem und nur ich kann mich verändern und wenn ich mich etwas verändere, verändere ich auch die Welt damit. Das war es jetzt erstmal. Schönen Dank. Applaus Ich bin das und ich bin das vor Untertitelung des ZDF, 2020